Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 6 mit meinem allerliebsten Lieblingspfirsich. Hallo, hallo. Ja, und wir haben uns jetzt gerade noch ein paar neue Fähigkeiten gegönnt und machen jetzt einfach mal weiter. Wir waren ja jetzt mit dem letzten Kapitel, glaube ich, fertig und jetzt wird bestimmt gleich wieder eine nette Cutscene kommen und wünscht euch einfach viel Spaß. Genau. Okay, verlassen, ja. Achso, bei mir dauert es jetzt noch 60 Sekunden. Ja, ja, bei mir auch. Na gut, also schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Auf jeden Fall, wir freuen uns total, dass ihr wieder hier bei uns dabei seid. Genau, und mal, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, bitte schaut doch auch mal auf den Kanal von der Luna. Die hat auch noch mal ganz tolle... Also, wir spielen eigentlich ziemlich ähnliche Let's Plays, aber es macht so Spaß, ihr auch zuzuschauen. Schaut euch doch mal bei ihr um und lasst ihr auch mal ein Abo da. Das würde mich total freuen. Das Gleiche kann ich für die liebe Peaches nur zurückgeben. Also, wir sind uns wirklich sehr, sehr ähnlich und... Ja, aber deswegen passt das so gut. Genau, das passt einfach so genial bei uns. Und ihr merkt es ja, wir abonnieren so gut in diesem Let's Play Together und wir sind auch immer so heiß aufs Aufnehmen. Und auch bei der Peaches abonnieren, kommentieren, Daumen da lassen, alles. Die hat es so verdient. Alles, was geht. Alles, was geht. Alles, was ihr habt. Und ich glaube, jetzt in zwei Sekunden geht es weiter. Ja, ich freu mich. Ich auch. President Evil. Six. Six, genau. Ah, ja, ja, ja. Müssen wir jetzt... Müssen wir jetzt... Okay, also ich muss... Ich muss jetzt sagen... Ich wiederhole, Ada Wong bewegt sich nach Süden zum Hafen. Sie machen eine Party für mich und ich bin weiß noch gar nicht, wo es so recht lang geht, aber der Pfeil... Warte mal, ich drücke mal Q. Ja, ja, wir sind richtig. Wir sind richtig. Richtig, Baby. Aber, ähm, falls du irgendwas siehst, was zum Aufheben geht, immer gerne Bescheid sagen. Ich laufe ja gerne an solchen Sachen vorbei. Ja, aufheben manchmal... Ja, ja, das stimmt, aber manchmal kann ich... Sehe ich das ja leider nicht. Oh, Peaches, wollen wir eine Runde rutschen gehen? Was? Ja, ja, ja. Kann man... Oh, ich weiß nicht, weiß nicht. Oh, warte mal, da außen vielleicht lang. Oh, da kann ich nicht rum. Ja, hier geht's auch. Hey, über alles kann ich drüber hüpfen. Yeah, ich komme auf die Runde. Ja! Ich will mich hinsetzen. Wie setze ich mich hin? Oh, ich weiß, ich kann nur runter. Ich kann auch nur runterlaufen. Na ja, warte mal. Ach, da ist noch eine Rü... Oh. Ja, eine blaue ist hier noch. Ich möchte auch nochmal die orangefarbe da runterlaufen. Ja, ich auch. Haha, Spielplatz! Geil. Oh, und hier drauf... Oh, warte mal. Oh, nee, da kann ich nur drüber hüpfen. Schade. Oh, jetzt kann ich rutschen. Guck mal, ich rutsche. Was? Ich rutsche. Wie, wie kannst du das machen? Mit Leertaste. Echt? Ist das geil. Warte. Ey, mit Leertaste. Oh, das mach ich noch mal. Das geht nicht bei mir. Oh, bei mir. Warte mal, Leertaste? Ja, Leertaste. Hast du das grad irgendwie angezeigt? Bei mir auch. Das ist so geil. Ach so, nee, da hüpfe ich nur wieder runter. Peaches und Luna. Oh, ich geh... Passen. Schau mal, wo ich grad stehe. Bist du unten drunter? Ja. Das ist der Hammer. Wirklich. Peaches und Luna zocken in Zombiespielen, gehen erstmal um Spielplatz und rutschen. Ich glaube... Ich glaube, noch mal runtergerutscht. Ich glaube, so muss ich das auch irgendwie unsere Folge dann nennen. So, ihr Lieben, alle guten Dinge sind drei. Ich rutsche noch einmal. Komm, ich kann da nicht rutschen. Ich finde echt... Also, das macht mich sehr traurig. Liebe Entwickler, dafür bin ich echt sehr, sehr traurig, dass ich da nicht runterrutschen kann. Guck mal. Ich will nochmal rutschen. Das ist aber so geil gemacht, dass das überhaupt geht. Ja, ich kann mich hier draufsetzen und schön runterrutschen. Juhu! Voll. Schaut auch gut aus. Also, wenn ihr die Luna beim Rutschen sehen wollt, müsst ihr bei mir einschalten. Ja! Ja, das war schade. Kannst du dich auch hier draufsetzen, dann? Das habe ich versucht, aber dann kann ich nur drüber springen. Also, hier setzt sie sich nicht drauf. Vielleicht, wenn ich von hinten rangehe. Warte mal. Nee, das geht nicht. Schade. Nee. Aber ich konnte rutschen. Das war so schön. Von hinten und von vorne. Ja! Blumenwiese, Blumenwiese. Ja, ja, alles, was in deinem Köpfchen abspielt. Ja, genau. Ah, das ist echt so herrlich, wirklich. Wir zocken hier so ein fieses Spiel und gehen erst mal rutschen. Ne? Alles, was sein muss. Alles, was sein muss. Ach, hier geht's rüber. So, jetzt wieder mit meiner coolen Armbrust. Rutschen und schaukeln, ja. Oh Gott, wer bist du? Wart, wer bist du denn? Ich regle das. Das ist sehr gut, Peach. Jetzt regle das mal. Ich bin der Mann. Jawoll. Unser Klaus-Günther ist wieder dabei. Voll. Der Klaus-Günther regelt das. Der Klaus-Günther. Oh, Klaus-Günther liegt da auch noch. Äh, Moni. Ja, Pfeile. Pfeile, Pfeile. Moni, Sion. Warte mal. Aber ich glaube, wir müssen hier die Treppe hoch hier hinten. Die sehen aus wie die Soldaten, die im U-Boot waren. Oder auch nicht. Nee, es ist gar keine Treppe. Luna hat sich mal wieder verguckt. Oh! Oh, da ist ja noch einer. Überraschung. Oh, was hat der denn? Was hat der denn? Was hat der denn? Ich habe mich auch gerade verguckt. Weil mir voll Gas umkam. Alter, alter. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Ich will schießen. Oh, die Pfeile, die explosiven Pfeile sind schon was Geiles. Oh, Mann. Hau ab, Mann. Oh, voll den Kopf weggesäbelt. Hast du das gesehen? Ja. Aber habe ich da keine Muni mehr? Nein, ich habe da keine Muni mehr. Da muss ich mit... Nee, Sturmgewehr ist scheiße. Was war denn das eigentlich? Dann nämlich Schrotflünken. Für Mutanten. Ich weiß nicht. Ah, schon ein bisschen Gruselitsch. Jetzt habe ich wieder Muni. Ich habe jetzt da gerade meine Pistole dabei. Ach so. Weil die schneller zum Schießen geht. Ach, hier war ja Leertaste rennt. Siehst du, das hatte ich schon wieder irgendwie... Ah ja, stimmt. Ich dachte es mir schon. Ich wollte jetzt nicht fragen, weil es wäre mir jetzt unangenehm gewesen. Ich wollte jetzt auch nicht fragen, weil ich dachte, nee, ich kann ja nicht jedes Mal alles fragen, wenn wir wieder aufnehmen. Das Problem ist, dass wir gerade beide so viele, so viele Let's Play Together und Let's Places am Start haben. Ja, ja, das ist das Problem. Also, dürft man? Oh, die Peaches regelt das ja schon. Jawohl. Oh, der steht ja schon wieder. So, jetzt. Ich würde gerne... Äh, Luna? Ja? Ja? Wollen wir mal kurz mal die Stände angucken? Ja! Ich will auch mal gucken. Einkaufen! Ja, wir sind doch im schönen Markt. Oh, sind wir hier in Chinatown oder sind wir wirklich in China? Warte mal, hier sind Fähigkeitspunkte. Chinatown in China. Chinatown in China. Chinatown in China. Hier gibt es Fähigkeitspunkte. Pferdchen hier. Wo? Hier, 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 hier so. Jetzt bin ich gestolpert, wie im echten Leben. Das hätte ich wirklich sein können. Siehst du das hier nicht? Hier stehen zwei, schon zwei drauf. Bitches? Ja. Bist du? Ja. Bist du? Wo bist du? Hinten. Hinten? Hinten? Äh, hier, wenn du hier rumkommst. Hier vorne in dem Stand. Hier so, hier so, hier, hier, hier. Ich seh, ah, hier bist du. Ja, hier, hier standen zwei Fähdchen. Ich weiß nicht. Ah! Ja, du bist auch gestolpert. Wir werden ja so rumflackt in der Weltgeschicht. Herrlich. Ja, man muss sich hier wirklich... Oh, guck mal, das ist schön. Haben aber schöne Fächer hier. Ich würde mir was mitnehmen. Ja. Ja, aber auch eine Erinnerung und dann verstaubt es wieder in der Ecke. Ja, ist das so. Ist auch echt so. Wobei, also wenn wir zusammen in den Urlaub fahren würden, dann würde ich mir natürlich ganz viele Erinnerungen mitnehmen. Ich glaube auch... Liebe würden ganz viele Fotos machen zusammen. Ich glaube auch... Na, erst mal das und ich glaube, ich würde mir so viel kaufen, dass ich mit dem zweiten Koffer zurückfliegen müsste dann. Oh, schau mal. Was? Er hältst du. Ah, wo kommt ihr denn her? So, jetzt, jetzt gibt's auch Paul. Ich verprügere euch so. Stirb, Mann. Ja, genau. Oh ja, komm, lass uns auch mal treten. Zack, ey. Wow, jawoll. Stirb so. Bam, Alter. Ah, dem haben wir's gezeigt. Na, das muss auch mal sein. Ein bisschen Kloppe muss auch mal sein. Ah, so viele coole Sachen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier echt so vorbeischlängeln, ne? Du übersiehst, äh, Thron. Thron! Thron. Thron, oh Gott. Oh Gott. Ja. Doch. Ah, Granate. Granate. Granate, Granate. Was, warte mal, was war hier? Leertaste. Leertaste, warte mal, können wir hier rein? Mach auf. Warte, 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 warte. Tu es, tu es. Ich tu es. Ich tu es. Yeah, oh Gott. Tschüss. Bam! Ja. Hast du gesehen, wir beide voll auf Schäden. Voll Headshot-mäßig, jawoll. Voll egal. Beide gleichzeitig. Ich liebe die Armenbrust, muss ich echt sagen, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Hier ist schon ein Saugkuhl. Oh, oh, oh. Nochmal, nochmal. Oh, der mutiert nochmal. Ey, Freundchen. Ach nee, der... Doch, da kommt doch oft im Rücken, kommt was raus. Warte. Äh. Äh. Ein Drache? Oder was ist das? Nee. Ach, ein... Oh Gott. Sieht aus wie so ein Rieseninsekt. Peaches latscht erstmal. Bam! Zack! Boah! Alter, hat er mich erwischt. Da bin ich jetzt voll umgebummst hier. Lebt er noch, oder nicht? Ich weiß nicht. Nee, nee, hier kann man auch nochmal was einsammeln. Ich glaube, es geht hier weiter. Meine Liebe. Mhm. Schön, die hässliche... Oh, Kontrollpunkt. Kontrollpunkt ist immer gut. Oh, Pfeile, Pfeile. Supi, supi, supi. Was habe ich denn jetzt da bekommen? Was war denn das? Feuerlöscher? Nee. Kein Feuer. Mit Brandgranaten habe ich. Jetzt ist aber schon wieder mein Inventar natürlich voll. Ach. Ein Elend ist das, ein Elend. Ich sag's euch. Oh, wie komme ich da rüber? Oh no. Was ist denn da? Oh Gott. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, das... Pfeilchen? Äh, Luna regelt das auch schon alleine. Ich muss das sehen. Hab ihm gleich mal ein Pfeil reingedrückt, ey. Oh nein, die armen Leute. Die wollen doch auch einfach nur was verkaufen. Vor allem, ich stürze hier die ganze Zeit über die Leute. Das ist noch viel geiler. Oh! Warte mal, hier ist schon wieder einer. Hinter dem Stand versteckt er sich. Drei! Äh, äh, schon wieder so ein Vieh. Ich komme! Alter! Hä? Oh, hat der dich auch so umgewumst? Ja. Warum? Ich weiß nicht, der hat uns irgendwie angespuckt. Du stoppest auch über die Leute. Komm noch an. Nein! Ich meinte, genau den meinte ich. Genau den meinte ich. Ja, verrecke, komm! Oh Gott, wir schießen da mit dem MG. Junge, Junge. Erstmal schön Pfeil in den Kopf gehauen. Aber die geben echt gut Fähigkeitspunkte, die großen Viecher. Oh, der lebt ja schon wieder. Ja. Ich glaube, der montiert jetzt auch schon wieder. Kommt was raus. Komm her, du kleiner. Oh Gott, du bist ja schon wieder hier vorne. Sackgesicht. Die sind auch wie irgendwelche Echsen, oder? Oh, ja. Alter! Lass meine Pieches in Ruhe. Sonst gibt's hier aufs Maul. Oh! Oh, mit Spufffusfie denn? Nee, ich glaube, das ist Druck oder so. Ah, ich hab keine Muni. Hey, weißt du was? Messer. Messer, genau. Voll in your face, ey. Kannst du nicht? So. Mach doch mal was Gescheites mit dem Messer und es wird doch nicht immer mit dem Messer anders angreifen. Eigentlich nicht. Eigentlich linke Maustaste. Hüah! Hüah! Hey, wir sind in... Der Klaus Günther macht dir voll ja Laun. Wir sind in Chinatown, also müssen wir auch ein bisschen Karate-Kid spielen, oder? Ja, Karate-Kid ist immer gut. Warte mal, hier müssen wir lang? Kann ich hier rüber? Ja, wir können hier rüber. Guck mal. Boah, voll da rüber gejumpt. Hast du das gesehen? Ja! Ja! Oh, das sieht nicht gut aus. Nee, und ich hab... Hm... Oh, da krieg ich gleich Gänsehaut, wenn ich das Vieh sehe. Oh Gott, was hat denn der? Eine Kettensäge. Kettensägen-Massaker. Texas Chainsaw-Massaker. Jawohl, ja. Na, mein Baby? Alter. Das ist ja fies. Ja. Hohohoho. Ey, der macht Alarm. Der macht Alarm. Ach, scheiße. Wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Ah. Oh, ich bin... Oh, scheiße, ich bin runtergefallen. Ich auch. Ich darf nicht runterfallen. Oh, jetzt zötet er mich. Hey, aber ich könnte doch... Hallo? Ich krieg den von unten auch kaputt. Was soll denn das? Nein! Nein! Ich bin gestorben. Ich auch. Oh nein, jetzt steht... Jetzt steht da dran, dass wir... Oh, 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 oh. Oh nein, jetzt schon wieder. Aber bin ich jetzt schon wieder gestorben? Ich bin doch gestorben. Ne, ich bin, glaube ich, gestorben. Ach so. Ach so. Also ich glaube, wenn wir beide sterben... Also wenn ich sterbe, stirbst du auch. Ach so. Darauf erst mal eine Weintraube. Ah, ein Weinträumchen. Ne, das mache ich jetzt nicht. Rennen, rennen, rennen. Jumpen, jumpen, jumpen. Oh, geschafft. Wo müssen wir denn lang? Wo müssen wir denn lang? Pichos, da lang, da lang, da lang, da lang. Hättensägen. Da lang, da lang, da lang. Oh Gott, ey. Oh, ist das fürchterlich, ey. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Springen, springen, springen. Boah, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Oh, oh, halt dich fest, halt dich fest. Oh Gott. Äh. Ich will nicht rutschen. Ich kann, ich kann gar nicht. Wenn ich dich sehe, dann kann ich ja auch nichts machen, oder? Ne, ne, ne. Ah. Lauf, lauf, Ada, lauf. Ada, lauf. Ada, lauf, Ada. Rutsch runter durch, Ada. Und jetzt springen. Springen. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Boah. Genau. Jawohl. Weil das Ding jetzt den kaputt gemacht hat, oder? Ich wollte jetzt sagen, die Tür hält ihn jetzt auf und die anderen Metallstangen nicht. Das macht Sinn, ja. Genau. Ist der jetzt tot? Ne. Ne, eigentlich nicht. Wie kommen wir denn da hoch? Ne, tot kann er ja nicht sein. Ich habe ja nur die Tür zugemacht. Ja, der ist doch so eine Eisenstange runtergefallen. Jetzt wieder ein Zombie. War mal zerlegt. Verstehe ich jetzt nicht. Flühlein-Bauel, Flühlein-Bauel. Oh, ey, aber diese Zehen zum Weglaufen, die sind doch immer für schweig, oder? Schaflitzengewehr, das teste ich jetzt mal. Zack. Oh, das ist eine gute Idee. Zack. Oh, Headshot, Headshot. Oh, ich liebe Sniper. Einfach auf dem Dach stehen und die Köpfe weghauen. Oh, das ist geil. Kommt, das kann ich... Oh, das war's schon? Das könnte ich den ganzen Tag machen mit der Sniper. Darum geil. Was für ein Chaos. Die ganze Welt spielt verrückt. Ist China nicht schon... Die ganze Welt spielt verrückt. Ist China nicht schon lange... Oh, da ist noch eine. Sie sagt es auch immer so ein bisschen, so ein bisschen wie so ein Pornostar, ne? Ja. Ist ein bisschen gelangweilt auch. Und irgendwie... Ja. Oh, voll, voll hier Kopf. Oh, da ist ein Schlüssel. Kommen Sie, kommen Sie. Bei mir. Ich schraube. Oh, warte, ich muss nur kurz hier mal sammeln. Ich bin gleich bei dir. Ja, dann sammle ich das auch dabei noch ein. Und vermöbel hier noch den Zombie mit der Axt in der Brust. Stirbt man. Oh, oh, yeah. Jetzt ist die Peaches. Ja, ja, genau. Hast du gesehen? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, meine Liebe. Ja, jetzt hat... Ja, äh, Luna sieht es immer nicht, aber... Oh, oh, oh. Stirbt man, ey. Ich hab das genau so geil gemacht, wie Peaches mir das zeigen wollte. Ja. In der letzten Folge. Und ich mal wieder nicht geguckt hab, wann wir hier waren. Müssen wir doch die Tür rein? Ja, ich hab nur die Monition noch schnell geholt, die hier lag. Ach so. Ja, ja, ja. Ausgefuchst. Oh, nee, jetzt, das fieh ich schon wieder. Och, nö. Was sind das? Oh, nein. Der Schlüssel... Oh, nein. Peaches. Äh, genau, und deswegen haben wir den Schlüssel. Ich wollt grad sagen. Oh, voll den Kopf getroffen. Ja. Ich glaub, wir müssen echt versuchen, den Kopf abzuschießen. Oh, das ist doof, das ist doof, das ist nicht gut. Oh, mal weg hier. Komm, lade nach. Lade doch ein bisschen stärker nach. Ich stürze hier die ganze Zeit über die Leichen. Aber wieso? Wieso ging das denn jetzt? Und wieso konnten wir ihn in den Feuer nicht... Oh, danke. Wieso konnten wir ihn in den Feuer nicht besiegen, sag mal. Oh, Alter, Alter, Alter. Bam. Zack. Och, das gefällt mir. Stirbt man? Oh, ich prügel so gerne. In den Spielen? Aber natürlich nur... Genau, in den Spielen. Sonst sind wir ganz brave Mädchen. Mädchen? Wir sind Damen, wir sind Ladies. Genau, genau. Natürlich nicht im echt... Also, natürlich sind wir im echten Leben Ladies und im Spielen nur diese... Diese Catch-Metals. Obwohl unsere Peach ist ja ein Klaus-Günther. München? Wollen wir mal kurz? Ach ja, sind wir, sind wir, sind wir am... Ja. Ja, gut, dann ihr Lieben, hoffentlich hat euch die Folge wieder Spaß gemacht. Und so, auf jeden Fall. Total. Und lasst doch ein Däumchen bei der Lieben Peach ist da und wenn ihr Lust habt, auch bei mir. Und auf jeden Fall auch bei der Luna. Bis dann. Bis dann, tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.